hallo hallo und willkommen zu den switchboard charts vom 8.1. bis zum 14.1.23 alle spiele erstmals haben wir haben wir mario kart 8 deluxe auf platz 3 mal die superstars auf platz 3 mal die superstars auf platz 3 mal auf platz 3 mal garfield racer garfield kart racer auf platz 7 mal supermals wonder auf platz 8 mal super mal die welt brust du hast das früh auf platz 9 haben wir gegenseit mit 2 und auf platz 7 e fc 25 ist die fest download haben wir among us auf platz 3 haben wir lost auf platz 3 haben wir lost in random auf platz 4 haben wir simulator auf platz 4 mit dorf romantik auf platz 6 haben wir farm teiken auf platz 7 ja rocker laylee auf platz 8 haben wir limbo auf platz 7 mit nego drücker drive und auf platz 7 ja disney blind valley und das waren die situation vom 8.1. bis zum 14.1.23 alle spiele und danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal tschüss bis zum 14.2. bis zum 14.2... bis zum 14.1. selbst constraint